Warum haben Sie das gemacht? Was soll ich sagen? Die hat genervt. Ich wollte immer wissen, wo ich hingehe, mit wem und wann ich zurückkomme. Am Anfang haben wir sie gemacht. Sie hat überlebt, sie war hübsch. Nicht so ein Flittchen, wie die anderen alle. Aber es ist immer dasselbe. Lässt dich auf so einen Scheiß ein. Dann kriegst du es hundertfach zurück. Das ganze gelabert. Es gibt so ein Tämmer auf dem Sack. Ich habe gesagt, lass sie doch labern. Lass sie labern. Aber es war nicht genug. Dann wollte sie ein Auto. Dann wollte sie meine Kohle. Und irgendwann mein ganzes Scheißleben. Sie war überall. Und dann war es zu viel. Einfach zu viel. Sie hat den Bogen dann überspannt. Und dafür, dafür hat sie die Quittung bekommen. Ich kann euch gar nicht sagen, was für ein geiles Gefühl das war. Endlich wieder diese Stille zu hören. Ich wollte ja bestimmt von mir hören. Vielleicht ist es mir so. Oder? Naja. Und dass ich alles bereue. Nein. Nein. Das wird nie passieren. Weil die Schlampe. Die hat es verdient. Die hat es wirklich verdient. Soll ich noch was sagen? Ich werde es wieder tun. Ich werde es immer wieder tun. Ich werde es immer wieder tun. Allein schon. Um diese geile Stille wieder zu hören. Ich werde es immer schonًen. Ich werde es nochmal praticien. Es Hudf?' Dein. Naja. Naja. Trif. Es HIGHts. Durie unsere Scheiße und Leine Giao. Das Mädchen geht weit pigs. Schla valve ab. Vince Tschüss. Du bist bei SPF freue zu uns! Untertitelung des ZDF, 2020